Es geht weiter und wir fangen an Minikits zu sammeln. Yo, ich freue mich drauf. Oh, wir wollten mit Christophs das anfangen, glaube ich. Und... Pff, äh, im freien Spiel. Was haben wir denn hier? Ja, sind alle so schwachmaten, ne? Na, nehmen wir den mal. Okay, das kennen wir schon. Ah, die Musik schon wieder. Einmal bitte macht's. Da rein. Oh, waren Jedi haben wir ja auch noch nicht. Ich mache ja noch auf epische Musik. Ah, da ist ein Minikit. Dann ab in das nächste Loch. Äh, nochmal in das andere hier rein. Und zurück. Und da gab es nur noch einen Raum. Anscheinend gab es nur noch einen Raum. Ja, warum zeigt der Fall nach dahinter? Ah, wir müssen noch wieder... Wack, Tore. Ich möchte hier durch die Tür, Junge. Immer schön drauf achten, dass wir alles kaputt machen, denn jetzt sind wir im Brine-Spiel. Jetzt müssen wir auch Geld und sowas achten. Und wir haben Punkte mal zwei. Wie haben wir denn noch? Warten wir nicht die dunkle Seite extra an? Jo. Einmal hier gucken. Äh, damals bei den anderen Lego-Spielen hat sich meistens, äh... Irgendwas geändert. Also, die Lichtschwertfarbe wurde an Rot bei dunkler Seite. Ja, ich weiß nicht, ob das so immer noch ist, oder... Nein, ich möchte da nicht dran. Nein. Ja, was muss ich denn hier machen? Ach so. Einmal hier bitte Jedi. So, Count Dooku ist irgendwie ein meistbenutzter Charakter hier heute. Ach so. Ah, 100% wird lustig. Und ich habe Fl snapsiert. Ja, mir einmal hier die Klappe runter. Ey, du bleibst hier. Warum bleibst du mich da? Ah, warte mal. Oh der auch da nein du gibt es kein ökostrom ab leider nicht die ich hier eine ökostrom den verbrate ich meistens in die ruinen oder in die klone aber habe ich den hier überhaupt schon wenn ich hatte ich irgendwas vergessen wo das hätte ich fast vergessen erzlöchchen gut also ich finde das macht richtig spaß hier mini kids zu sammeln wollen man kriegt ja genau hinterher charaktere und so und dort ist alles ganz lustig ich habe kein kopfgeldjäger ja scheiße hat geld können wir gleich in den kopfgeldjäger investieren wenn wir den wahren jedi vorhaben ja ein bisschen geld brauchen wir noch für den kopfgeldjäger ja ist gar nicht übertrieben hier ne damit habe ich schon mal gesagt aber egal scheiße ja die hälfte fällt da zwar runter ja mal gucken ob wir so acht oder so mini kids kriegen ja ja Das ist ein Lord, das ist ein Lord. äh und wie viele wie drei also gehe ich jetzt noch lange nicht rein ich habe ja noch nicht den wahren a muss ich wohl die geld verlierung hier ist nicht ganz so toll weg hier weg hier es geht zum glück noch weiter ich dachte schon das wäre es schon mit dem level obwohl ich das schon einmal durchgespielt habe da müsst ihr es eigentlich besser wissen aber aber ich werde so schnell ja können wir schon mal den keks einstecken kaffee nein die 3p o haben wir den überhaupt mit Ok, und schon, rechts, oben, rechts Oh mein Gott, seid well Einmal wieder den Dooku her Er muss hier noch einen schönen Koop und Aston von Coptenraff und Wester Natürlich nur mit Sifr, das geflagten Count Ich war aber ein Jedi Ey, du gehst hier weg, Druide Damn, damn Wer ist denn? Wo sollst du wieder rein? Ja, und die Folge ist leider schon zu Ende, mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe ich auch bis zum nächsten Mal Karteip